Hier ist der Mobilreiniger. Hello. Wir sind hier bei den Müttern zu. Nein, es ist okay. So, wir sind in Dubai. Wir müssen kein Gepäck holen. Das wird gerade weitergeliefert für den Morgenflug. Und wir sind jetzt hier null People. People here, welcome to Dubai. So, wir sind durch die Passkontrolle. Da sind wir wieder auf dem Band. Das ist ein riesiger Flughafen. Die Türchen in Dubai. Sie sagen ja, einer der grössten. 800 Dirham für 10'000 Heimbad. Könnt ihr umrechnen, wie es da ist. Hier ist die Baggage Reclaim. Das müssen wir nicht machen. Denn unser Gepäck wird morgen schon automatisch weitergegeben. Die Türchen in Dubai. So, da sind wir durch. Da gehen wir raus. Das erwartet natürlich niemand. Ich glaube Taxi. Carfood. Das ist doch was Französisches. Carfood Market. Wahrscheinlich viel Französisches. Arrivals. Da gehen wir nicht an die Jumeirah. Starbucks. Ja. Ja. Die vorne wird das meiste Business machen. Da sind natürlich die Durchgänge. Da vorne gibt es Taxis. Wir machen ja hier alles. As-salamu alaykum. Und wir gehen zu den Taxis. Hä? Taxis, die Fohre. Hier sind wir gekommen. Hier gehen wir. Nutella gibt es auch. Unglaublich. Hier gibt es alle Scheissdrecken. Hast du gesagt Nutella? Nutella. Hier fahren wahrscheinlich alle mit Mercedes. Hier sind wir beide zusammen. Aha, da wollen wir anstehen. Gut. Alles klar. Bei der Taxizuweisung haben sie noch Optimierungsbedarf. Nichts nicht mehr. Too many people. Die TöneFORE. Wir gehen mal. Wir gehen mal. Loser ist gut? Wir gehen mal in den Noahsbrot.